Hallo liebe Fabilla Gaming Zuschauer, hier ist Fabian zurück in der Hooked App mit einer brandneuen Geschichte. Und ihr habt euch gruselige Geschichten gewünscht und dem komme ich nach und wir starten mit Zuma. Die Nase des Babys blutet. Kneif ihr einfach in die Nase. Im Kinderbett ist Blut. Ihre Eltern werden durchdrehen. Nasenbluten ist normal, Schatz. Sie werden es verstehen. Nein, wenn sie nicht. Sie sind seltsam. Soll ich rüberkommen und helfen? Nein, ich komme schon damit zurecht. Aber du musst zugeben, die Kelps sind seltsam. Sie sind etwas ungewöhnlich, stimmt. Mrs. Kelp ist jedem gegenüber so misstrauisch. Sie wird mir die Schuld hierfür geben. Sie ist Wissenschaftlerin. Das ist halt ihr Wesen. Dieses arme, kleine Baby, das mit so einer Mutter aufwachsen muss. Immerhin hat es eine Mutter, stimmt's? Nicht so wie ich. Du darfst nicht so reden. Du bist nicht alleine. Ja, ich weiß. Andere Waisenkinder bekommen Haferschleim und Schläge. Ich kann bei meiner coolen Tante leben. Wie fühlt sich die Haut der Kleinen an? Sie fühlt es kalt an. Wirklich kalt. Und sie flüstert ständig etwas richtig Unheimliches. Was flüstert sie? Zuma! Zuma! Was? Zuma! Sie wiederholt es immer wieder. Weißt du, was das bedeutet? Tante Kate? Bist du noch da? Verlass das Zimmer. Warum? Was bedeutet es? Geh nicht aus dem Haus. Und lass niemanden rein. Auch die Kelps nicht. Warum? Schließ die Türen ab. Was bedeutet es? Ich finde die Kelps und sage ihnen, was passiert. Komm nicht mehr in die Nähe des Kindes. Warum nicht? Bitte sag mir, was los ist. Ich melde mich bald wieder bei dir. Vielen Dank, Tante Kate. Ich werde einfach hier herumsitzen und gar nicht verängstigt sein. Zwei Minuten später. Ich habe mit Mrs. Kelp gesprochen. Sie sind auf dem Weg nach Hause. Du musst folgendes tun. Ich habe es nachgeschlagen. Zuma! Es ist polnisch. Und es bedeutet Pest. Zuma bedeutet Pest. Tod und Vernichtung. Nicht wahr? Ja. Sie ist noch nicht mal zwei und spricht von der Pest? Halt dich fern von ihr. Ist das die Krankheit, die Mama und Papa getötet hat? Das ist jetzt nicht wichtig. Ich habe darüber gelesen. Es gibt Online-Informationen darüber. Über die Seuche, als ihr in Polen wart. Macht ihr im Moment keine Gedanken darüber. Einige Leute sagen, es infiziert einen, öffnet einem aber auch richtig die Augen. So wie, wenn du diese wirklich tiefen Einblicke in die Welt hast. Wo hast du all das gehört? Online! Verschwörungsforen? Das ist nur Geschwafel von einem Haufen Spinner, die im Keller vor dem Computer sitzen. Einige von ihnen klingen, als wüssten sie tatsächlich, wovon sie reden. Alle Spinner geben vor, dass sie wissen, wovon sie reden. Und was ist die Wahrheit? Bleib für den Augenblick, wo du bist und warte auf mich. Du gibst mir nie klare Antworten. Das ist jetzt nicht die Zeit, darüber zu reden. Im Moment musst du dich von dem Kind fernhalten. Und lass niemanden rein. Wenn du willst, dass ich auf dich höre, musst du mir sagen, was passiert. Behandle mich nicht wie ein Kind. Also gut, hör zu. Vielleicht ist es gar nichts. Aber möglicherweise hängt es mit dem zusammen, was wir da drüben gesehen haben. Die Pest? Wir konnten es nicht genau einordnen. Aber es war gefährlich und hochgradig ansteckend. Würde ich sterben? Nein, ich kümmere mich um dich. Was ist mit Anna? Wir werden dafür sorgen, dass du in ordentliche Quarantäne kommst. Wo? Ich werde das rausfinden. Vorerst müssen wir diese Sache unter Kontrolle halten. Bleib von der Kleinen weg. Wie ist die Krankheit in sie geraten? Mrs. Kelp muss sie schlafend in sich getragen haben. Es gibt viel, das wir von Suma nie verstanden haben. Aber wir wissen, dass man, wenn man keine Symptome zeigt, dann ist man nicht ansteckend. Ich habe keine Symptome. Gut, das ist gut. Fürs Erste. Ist das das erste Mal, dass Anna eine blutende Nase und kalte Haut hat? Ja, bestimmt. Sie ist heute Abend völlig anders. Dann wollen wir hoffen, dass wir die Situation unter Kontrolle bringen können. Aber ich könnte sterben. Dir passiert nichts. Die besten Leute werden sich um dich kümmern. Und warum spricht Anna auf Polnisch? Sie war nie dort. Ihre Eltern sind keine Polen. Das ergibt keinen Sinn. Sie ist doch noch ein Baby. Man kann durch eine Krankheit keine Sprache lernen. Tante Kate? Ich bin ganz schnell bei dir. Vielleicht zehn Minuten. Am wichtigsten, komm nicht in Annas Nähe. Warte! Da ist jemand draußen auf dem Rasen. Lass ihn nicht rein. Draußen beim Zaun, hinter den Bäumen. Ich glaube, es sind zwei. Sie tragen Masken über den Gesichtern. Sie müssen von der Seuchenschutzbehörde sein. Bleib ganz ruhig. Ich bin in etwa zehn Minuten da. Und jetzt schreit Anna. Lass sie schreien. Gina, lass sie einfach schreien. Geh nicht in ihre Nähe. Sie erstickt. Es klingt, als könnte sie nicht atmen. Nein, sie weint nur. Woher weißt du das? Geh nicht da rein. Sie kann nicht atmen. Bleib weg von ihr. Jetzt schwitzt sie. Eiskalt und sie schwitzt. Du bist in dem Zimmer? Sofort raus da. Okay. Sie beruhigt sich. Ihr steckte etwas im Hals. Gina, begreifst du, dass sie etwas sehr Ernstes hat? Ich habe ihr geholfen, es auszuhusten. Du darfst nicht in ihrer Nähe sein. Ich habe sie schon den ganzen Abend berührt. Wenn ich es kriegen kann, dann habe ich es schon, oder? Nicht unbedingt. Je mehr Kontakt ihr habt, desto wahrscheinlicher kriegst du es. Ich konnte sie einfach nicht allein lassen. Warte, bis ich komme. Du wirst ins Haus kommen. Wahrscheinlich nicht. Ich bleibe draußen beim Seuchenschutz. Aber ich werde dabei helfen, die Quarantäne zu organisieren. Wie wird das ablaufen? In ein paar Stunden sind Leute aus Atlanta da. Die besten Leute der Welt. Alles wird gut. So sind Mama und Papa gestorben. Nicht wahr? Das ist kompliziert. Ich erkläre es, wenn ich da bin. Du wirst mir vom Rasen aus etwas zurufen? Du wirst nicht sterben. Das kannst du nicht wissen. Wir holen die besten Leute dafür. Natürlich. Ich schwöre, dir passiert nichts. Was bedeutet Klamser? Was? Das Baby. Das sagt es jetzt. Du bist noch immer in dem Zimmer? Ich bin in der Nähe der Tür. Geh da raus und schließe die Tür. Okay. Soll ich auch meine Hände waschen? Das kann nicht schaden. Aber was bedeutet Klamser? Ich weiß es nicht. Sie ist noch ein Baby. Bist du sicher, dass du es nicht weißt? Die Kelpse haben hier nämlich ein Wörterbuch. Vergiss nicht. Ich habe Zuma nachgeschlagen. Klamser nachzuschlagen wäre für mich nicht schwer. Das ist nichts, worum du dir jetzt Gedanken machen musst. Sie hat es wieder gesagt. Sie hat es wieder gesagt. Und ich weiß, was es heißt. Es heißt Lügner. Sie ist ein krankes Baby. Kümmere dich nicht darum, was sie sagt. Sie warnt mich vor der Pest. Sie warnt mich vor Lügnern. Ich belüge dich nicht. Du sagst mir nicht die ganze Wahrheit. Gina, du bist alles, das ich auf der Welt habe. Ich würde nie etwas tun, das dir schadet. Du hast mich schon mal belogen. Früher. Du hast eine Woche gebraucht, um mir zu sagen, dass Mama und Papa tot waren. Ich werde alles erklären, was ich kann. Versprich mir, dass du dich bis dahin von ihr fernhältst. Warte. Ich rieche etwas. Das war der erste Teil von Zuma. Es ist eine dreiteilige Geschichte. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das war der erste Teil von Zuma.